Ja, ich bin da auf zwei Dinge gerade gestoßen, nämlich das, was du jetzt Produktivität genannt hast, was man vielleicht, so wie es meistens verwendet wird, noch am ehesten, glaube ich, mit Effizienz bezeichnen kann, also die Dinge richtig zu tun und gleichzeitig, also das wäre sozusagen das ganz Kleine am Anfang, sozusagen die kleinen Daily-Dinge, sage ich es jetzt mal, und dann gleichzeitig gibt es ganz viel, was man so hört und sieht und etc., über die Zielsetzung, also quasi formuliere dein Ziel und mache es smart und alle anderen Dinge sozusagen, also damit du dann ein tolles Ziel vor Augen hast sozusagen. Und ich finde dazwischen, da gibt es ja einen riesen Gap zwischen, ja, wir haben da irgendwo ein tolles Ziel formuliert und wir tun die Dinge angeblich richtig oder auch nicht und der ganze, du hast das jetzt eh gerade die Erfüllung und Zielerreichung, glaube ich, hast du auch erwähnt, gehabt. Dieser ganze Weg dorthin, der ist geradezu nicht existent, fallen mir von vielen Büchern vielleicht zwei oder drei ein, die genau über dieses Thema sprechen. Und, nein, das ist vielleicht auch ein bisschen weiter aus dem Fetze gelehnt, aber einfach, ich finde, da gibt es ein großes Gap dazwischen, zwischen dieser Frage, okay, wir sind heute da, wir haben da vorne ein riesen Ziel und wie stellen wir es an? Weil ja auch viel davon zum Beispiel ist dieses, wir wissen zwar noch nicht wohin, aber wir rennen einmal los. Das ist ja genau sowas, ne? Und wäre es nicht sinnvoller, nochmal drei Tage darüber nachzudenken, erstens in welche Richtung und zweitens, wie wir eigentlich loslaufen wollen und was wir mitnehmen wollen zum Beispiel und wen wir noch fragen wollen, bevor wir einfach schon mal groß loslaufen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.